Warum flüchten wir uns in die Wut ausgerechnet? Weil die Wut uns immer noch die Illusion der Kontrolle gibt, ne? Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wie wir besser mit unserer Wut klarkommen. Zu Gast ist Psychologe, Autor und Podcaster Lukas Klaschinski. Ich bin nicht gern wütend, weil es sich danach immer so anfühlt, als hätte irgendwer die Kontrolle über mich übernommen. Wut kommt auf plötzlich, sie ist manchmal im ganzen Körper zu spüren und setzt ungeahnte Kräfte frei. So kann sie zur Gefahr werden und in Gewalt ausarten. Wir können sie aber auch als Antrieb nutzen, für uns selbst, für uns als Gesellschaft und sie kann uns vor Ungerechtigkeiten schützen. Das mag ich an der Wut. Aber manchmal werde ich einfach wütend, ohne dass ich direkt weiß, warum das jetzt eigentlich passiert. Wie finden wir also einen angemessenen Umgang mit diesem Gefühl? Was hilft, wenn wir mal wieder kurz davor sind auszurasten? Und wie erkennen wir, was hinter unserer Wut steckt? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Lukas, was hat dich zuletzt wütend gemacht? Hui, wahrscheinlich mein Geschäftspartner, der irgendwas hingedonnert hat, weil ich mag Ordnung. Ordnung im Außen macht irgendwie bei mir Ordnung im Innen. Und das macht mich dann wütend manchmal. Und dann schaffe ich es nicht immer, ihm das zu sagen, hey du, ich wünsche mir Ordnung. Könntest du bitte dafür sorgen, dass dein Kram weggeräumt wird und ich sorge dafür, dass mein Kram weggeräumt wird? Also was ganz typisches für dich? Unordnung ist so ein Thema, was dich wütend macht zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt viele Sachen, die mich wütend machen. Wenn jemand dem anderen immer ins Wort fällt zum Beispiel. Wenn man eigentlich was zu sagen hat und der andere fällt einem ständig ins Wort. Eine Sache, die mich früher extrem wütend gemacht hat, aber heute geht es, würde ich sagen, einigermaßen, sind so Autoritätspersonen, die, ich würde sagen, ihre Autorität ein Stück weit nutzen, um ihre Macht auch zu demonstrieren. Und wo es nicht so einen Auf-Augen-Höhe gibt, sondern eher so ein, du musst jetzt das machen, was ich sage. Okay. Bei mir ist es, glaube ich, zum Beispiel, dass ich, es auch, und das hat auch was mit Autoritäten, glaube ich, zu tun, wenn ich mich unfair behandelt fühle, das macht mich wahnsinnig wütend. Oder was mich auch wahnsinnig macht, ist, wenn mir so ein Fehler von früher, den ich eigentlich schon abgestellt hatte, wenn der mir nochmal passiert. Also wenn ich irgendwie so Dinge aus meiner Vergangenheit, wo ich dachte, die habe ich längst überwunden, wenn die mir wieder passieren, das macht mich wahnsinnig. Es sind auf jeden Fall ganz verschiedene Dinge, die uns wütend machen können, die uns alle wütend machen. Lässt sich aber irgendwie generell auch sagen, wann Wut entsteht? Ja, Wut entsteht meistens dann, wenn eine Grenze von uns überschritten wurde oder eine Grenze von anderen. Wir werden ja auch manchmal wütend, wenn andere irgendwie in Gefahr sind, bedroht worden sind. Also ich hatte eine Situation im Schwimmbad, dass meine Tochter, die ist jetzt sechster oder war sie noch ein bisschen kleiner und ich habe die so umgezogen und die war dann halt nackt und dann kam älterer Herr an und der war anscheinend sehr, sehr kinderlieb und der hat dann erst mit ihr geredet und dann wollte er ihr so in die Brust kneifen und sie stand so nackt da. Und da habe ich gemerkt, wie meine Hand so direkt an sein Handgelenk ging. Das hat mich auch in dem Moment extrem wütend gemacht. Also wir können immer davon ausgehen, dass wir unsere Grenzen oder die Grenzen von anderen verteidigen wollen. Letzteres heißt auch dann, wenn wir das ausführen, empathische Wut, dass wir die Grenzen von anderen wahren. Okay, das mit deiner Tochter war jetzt auf jeden Fall eine sehr offensichtliche Grenzüberschreitung, finde ich. Manche sind aber ja eher so unterbewusste Grenzüberschreitungen und ich finde, die Wut, die kommt oft auch sehr plötzlich, sehr intensiv, sehr überwältigend und diese Grenzen sind uns ja gar nicht immer klar. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, hast du vielleicht so eine kurze Nothilfe-Tipp, wie man sich vielleicht in so akuten Situationen schnell runterkühlen kann? Ja, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Wut bemerken, weil wie du richtig gesagt hast, die kommt wie so ein heißer Eimer Wasser, der so über uns rübergekippt wird und auf einmal sind wir nass und dann haben wir auch Sachen gemacht, die wir dann später bereuen. Das liegt ein bisschen darin, dass unser Sympathikus aktiviert wird, das heißt, Wut soll uns ja darauf vorbereiten, unsere Grenzen dann auch wirklich zu verteidigen und evolutionär gesehen war das eine sehr, sehr wichtige Emotion. Deswegen passiert die auch so schnell und die sorgt dafür, dass wir das an den Rändern ausblenden und was passiert auch bei Wut immer? Unsere Angst wird runterreguliert, das ist ja auch so. Mit viel Wut haben wir sehr, sehr wenig Angst. Das erste Wichtige ist, wahrzunehmen, was da passiert und diese Energie, die aufkommt, nicht ausagieren in Form von Aggression. Aggression, das kann sowohl die physische Aggression sein, dass wir dann jemanden eine reindonnern oder die verbale Aggression, das kennen wir auch, dass wir dann irgendwie was sagen, wo wir denken so, wollen wir unseren Partner wirklich so behandeln? Also wollen wir genau so miteinander reden, sondern zu gucken, was passiert auf körperlicher Ebene? Was passiert bei dir, wenn du wütend wirst? Was merkst du da? Ich bin innerlich auf jeden Fall ganz unruhig und ich habe das Gefühl, ich platze irgendwie so. Ja und manchmal merkt man so, wie man auch so rot wird, wie sich die Muskeln anspannen, wie man so zusammenkrampft, also man fühlt sich so hoch energetisiert und weiß gar nicht wohin mit der Energie und da ist es zum Beispiel gut eine Atemübung zu machen, die 3-7-8 Atmung, 3 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Also wenn man sowas ganz akutes hat, weil sonst übernimmt die Wut die Kontrolle und dann kann man fast gar nichts mehr machen oder ich empfehle auch die Luftbeinpresse, um erstmal diese erste Energie rauszulassen und die Luftbeinpresse funktioniert so und die klingt ein bisschen komisch, du kannst ja nicht in einem Meeting, wo du mega wütend wirst und wo du merkst so, okay, die Wut schnappt mich jetzt hier und zottelt mich irgendwie in Situationen, in die ich gar nicht rein will, dann sagen, hey, ich mache mal kurz eine Atemübung, sondern daher empfehle ich eine andere Übung, die Luftbeinpresse. Das heißt, du stellst dir vor, als ob so ein großer Medizinball zwischen deinen Beinen ist, den du mit deinen Knien so zusammenpresst und dabei deinen Po, deine Oberschenkel und Unterschenkel anspannst, so richtig doll und das 10 Sekunden halten, kurz loslassen, 10 Sekunden halten und wenn du das geübt hast und die meisten Sachen müssen wir üben, nicht in der Extremsituation, wo wir schon wütend sind und dann kann die erste große Energie abfließen und wir können wieder gucken, wie wollen wir uns eigentlich verhalten. Darum geht es ja immer bei der Emotionsregulation bzw. Wahrnehmung. Also es geht tatsächlich darum, wirklich auch so den Körper zu beruhigen, nicht nur die Gedanken, sondern tatsächlich diese körperliche Energie in den Griff zu kriegen. Ja, total. Die muss abfließen, weil diese Energie wird uns ja bereitgestellt, um eigentlich zu reagieren auf die Situation und um eine gute Entscheidung treffen zu können. Mit der maximalen Erregung unserer Amygdala im Gehirn ist es ja so, dass wir nicht irgendwie einen großen bunten Blumenstrauß an Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das heißt ja, Wut macht blind und so ist das auch. Wir sehen eigentlich nur eine Möglichkeit nach vorne und aus der Situation müssen wir erstmal rauskommen. Aber es gibt natürlich zahlreiche psychologische Methoden, um mit der Wut umzugehen. Ich empfehle auch immer, sich seine eigene Wuthistorie anzugucken. Manche Menschen reagieren auf spezielle Situationen und wir reagieren nicht immer alle gleich auf die gleichen Situationen. Und das ist ja das Interessante. Das heißt, unsere Prägung spielt eine entscheidende Rolle bei dem, wie wir Wut empfinden und auch wie wir dann letzten Endes darauf reagieren. Du schreibst in deinem Buch, in wilder Wut zu diskutieren ist genauso ratsam, wie mit auf den Rücken gebundenen Händen zu schwimmen. Inwiefern können wir, wenn wir wirklich wütend sind, auch noch überhaupt rational denken, klar denken? Ist das auch blockiert? Ja, auf jeden Fall. Also unser Gehirn ist zwar richtig, richtig gut durchblutet, unser ganzer Körper ist gut durchblutet, aber Wut ist nicht dafür da, dass wir empathisch sind in der Situation. Weil sonst würden wir in so einer Wutsituation denken, ach, hier kommt ein anderer Jäger in unser Camp rein, der hat bestimmt auch nur Hunger und möchte sich ein Stück Fleisch von uns nehmen. Sondern, ey, verschwinde hier, du kommst gerade in mein Revier und ich sorge jetzt dafür, dass du rausgehst. In diesem Modus sind wir eigentlich steinzeitlich gesehen. Und deswegen müssen wir die Wut ein bisschen runterkochen. Und es ist total ratsam, wenn wir so in so einer richtig schönen Erregung sind, nicht dann weiter zu diskutieren. Und man kennt das von sich selber. Dann will man es unbedingt lösen. Dann sagt man so, jetzt möchte ich es aber klären und du siehst mich ja nicht und bla bla bla. Und steigert sich noch weiter rein. Es ist viel ratsamer zu sagen, hey, lass uns einen kurzen Spaziergang machen, jeder für sich. Und wir kommen nochmal in 25 Minuten zusammen, weil dann können wir wieder empathisch sein. Und Empathie braucht es ja auch und Perspektivübernahme, um den anderen zu verstehen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Und mit den meisten Menschen wollen wir ja eine gemeinsame Lösung finden. Das gelingt uns nicht immer. Ich meine, wenn du jetzt in so einer kurzen Polizeikontrolle bist und total wütend wirst, dann kannst du ja nicht sagen, können wir das Gespräch in 25 Minuten fortführen? Ich muss mal hier im Halteverbot halten. Aber gerade mit Menschen, die es nahe steht. Mit Beziehungsstreit oder sowas oder mit Freunden. Ist das sowas, wie du auch mit Streitsituationen umgehst? Ja, unter anderem klar. Also sehr, sehr verschieden. Ich glaube, wir alle kennen das auch, dass wenn wir eh so einen stressigen Tag schon hatten, wenn so ein paar Sachen uns gewurmt haben, dann ist das so, als ob der Kessel schon ein bisschen stärker kocht und mehr Wasser drin ist. Und wenn dann noch was Kleines passiert, dass wir so überkochen, wenn ich in so einer Stimmung bin, passiert es auch einfach manchmal, dass ich so richtig wütend werde. Aber ich beruhige mich dann schnell und kann auch, glaube ich, ganz gut sehen, was für ein Bedürfnis hinter der Wut steckt. Und das ist ja immer das Wichtige, zu gucken, kein Gefühl, was wir haben, ist irgendwie ohne Grund da. Entweder sagt es uns etwas aus der Vergangenheit, dass wir ein bestimmtes Bedürfnis in der Vergangenheit nicht erfüllt bekommen haben und das ist gerade hier wieder gefährdet. Oder in der Gegenwart. Da ergibt das total Sinn, das herauszufinden. Und wie agiere ich in der Wut? Also erstmal versuche ich gar nicht, so ein maximales Stresslevel zu bekommen, dass ich so leicht ausklinke. Das ist das eine. Also Selbstfürsorge immer zu gucken, dass man auch seine Ruhephasen, seine Erholungsphasen hat. Bei mir ist es so, wenn ich zu wenig esse, kann es sein, dass ich schneller wütend werde. Das ist das eine, was ich mir angucke. Das zweite, ich bin gefühlsangebundener. Das heißt, ich merke schneller, dass hier gerade eine Wut aufkommt, bevor sie überkocht, dass sie mich kontrolliert. Und dann gucke ich mir die Wut auch als Qualität in meinem Körper an, diese körperliche Erregung, worüber wir gesprochen haben. Und habe dafür heute eine andere Akzeptanz. Normalerweise ist es ja so, dass wir die unangenehmen Gefühle direkt wegschieben wollen. So eine Traurigkeit. Das ist unsicher in uns halt. Total. Und wir haben keinen Umgang mit denen gelernt. Und wollen die dann weg haben und dadurch lernen wir natürlich nie einen Umgang. Es ist ratsamer, auch die unangenehmen Gefühle erstmal wahrzunehmen und dann eine Akzeptanz für diese körperliche Erregung zu finden. Dass wir uns sie eher angucken, wie ein Forscher, wie eine Forscherin. Und dann können wir als nächstes in den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Den gilt es ja eigentlich immer zu betreten, weil da ist die Freiheit, die Viktor Frankl so schön beschrieben hat, uns zu entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Das ist ja die Magie in diesem Raum und der Schlüssel dafür ist eben die Achtsamkeit, also das wahrzunehmen, was in dem Moment ist und die Akzeptanz. Ich nenne es zusammen Gefühlsbereitschaft, um in diesen Raum reinzukommen. Es ist aber tatsächlich etwas, überhaupt das Wahrnehmen, was total vielen Erwachsenen noch schwerfällt. Also wenn ich mich unterhalte, wenn ich Gespräche läusche, wenn ich Nachrichten schaue, ich bekomme echt oft den Eindruck, dass viele mit ihrer Wut zu kämpfen haben. Dass viele ganz diffus wütend sind. Ja, vielleicht wie wir sogar in so einer diffus wütenden Gesellschaft leben und es vielen Menschen schwerfällt, überhaupt zu erkennen, dass sie wütend sind, warum sie wütend sind und was dahinter steckt. Und du hast ja eben auch schon, glaube ich, angedeutet, Wut kann auch so ein anderes Gefühl überlagern. Das kann ein sekundäres Gefühl auch sein. Was sind denn oft die Gefühle, die sich auch hinter der Wut verbergen? Oh, das können Gefühle sein, die uns schwerfallen, wie zum Beispiel Traurigkeit. Bei mir war es ganz, ganz lange die Ohnmacht. Also ich habe mich eigentlich hinter meiner Wut ängstlich und ohnmächtig gefühlt aufgrund von Kindheitssituationen, die ich hatte. Und ich wollte dieses Gefühl nie wieder fühlen. Und bevor das hochgekommen wäre, bin ich lieber wütend geworden. Ich habe vorhin von Polizeisituationen gesprochen, in denen ich wütend geworden bin. Ich hatte Situationen in meiner Kindheit, wo ich sehr, sehr stark dominiert wurde von den Freunden meiner Mutter, ins Schwitzkasten genommen, über ganz, ganz lange Zeit in den See geschmissen worden. Okay, ist ja auch wirklich körperliche Gewalt. Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt als Kind und wollte dieses Gefühl der Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit nicht mehr spüren. Und dann, wenn ich heute im Hier und Jetzt so männlichen, dominanten Personen begegnet bin, bin ich super wütend geworden, weil ich nie wieder mich so ohnmächtig fühlen wollte. Und dabei hat mein System, nämlich aus der Erfahrung der Vergangenheit, die Situation im Hier und Jetzt eigentlich falsch eingeschätzt. Wir betrachten ja immer die Gegenwart aus der Brille der Vergangenheit durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ich wurde dann alarmiert und dann, hey, du könntest ja wieder in diesen Schwitzkasten von früher geraten. Werd mal lieber schnell wütend. Und das hat zur Situation geführt, dass ich dann in Wortgefechte mit der Polizei geraten bin. Es war einfach ultra unangenehm für mich und vor allem auch für die Polizei, bis ich irgendwann gecheckt habe, was da gerade abläuft. Aber ich meine Angst und Ohnmacht, das sind wirklich keine schönen Gefühle, es sind unangenehme Gefühle, aber die Wut ist ja auch kein angenehmes Gefühl. Also warum flüchten wir uns in die Wut ausgerechnet? Weil die Wut uns immer noch die Illusion der Kontrolle gibt. Angst, da sind wir absolut ohne Kontrolle. Bei der Ohnmacht, ohne Macht und aber auch ohne Kontrolle. Und bei der Wut haben wir ja noch das Gefühl, wir gehen nach vorne und wir kontrollieren nicht immer. Und wirklich die Situation, wenn wir so auf eine Erregungsskala denken von 0 bis 10 und wir sind von 7 bis 10 erregt, das heißt 10 ist die maximale Erregung. In dieser Spanne führen wir ja keine kontrollierten Handlungen mehr aus, aber es fühlt sich so an. Das heißt, wir sind dann nicht so ohnmächtig. Es ist immer noch angenehmer als die anderen beiden Gefühle. Und gerade für Männer, also die in unserer Gesellschaft männlich sozialisiert wurden, ist Wut auch ein akzeptierteres Gefühl als zum Beispiel die Traurigkeit oder die Angst. Also Männer neigen auch dazu, in die Wut zu flüchten, sozusagen um der Angst zu entgehen. Da gibt es Studien zu, dass zum Beispiel kleine Jungs schon eher Wut in Form von Aggression zeigen und Mädchen umgekehrt eher destruktiv werden und die Wut nach innen richten. Und das sehen wir auch bei erwachsenen Frauen und Männern, dass Frauen eher dazu tendieren, die Wut in sich hineinzufressen, Wut gegen sich selbst zu richten. Das kann dann in destruktiven Glaubenssätzen enden und Männer Wut eher nach außen hin ausleben, also als Aggression ausleben. Und du kannst ja mal auf unsere Gefängniszahlen gucken. Also hat schon einen Grund, warum so viele Männer inhaftiert sind und im Verhältnis dazu viel, viel weniger Frauen. Wenn du jetzt auch schon sagst, dass es selbst bei Jungs und Mädchen so ist. Ich meine, kleine Kinder sind sehr oft wütend. Wie können wir sie dabei unterstützen, einen sinnvollen Umgang zu lernen? Wir sind beide Väter, wir haben beide Kinder. Was können wir unseren Kindern Gutes tun, um einen guten Umgang mit ihrer Wut zu lernen? Also erstmal ist jede Emotion wertvoll und ich glaube, das würde ich versuchen zu vermitteln. Und es ist ja erstmal gar nicht schlimm, wütend zu sein, weil dahinter steckt ein Bedürfnis. Und zu gucken, kann man mit dem Kind erarbeiten, was da für ein Bedürfnis hinter steckt. Und das heißt nicht, dass es jedes Mal erfüllt werden kann, aber gesehen werden kann. Und es gibt so unterschiedliche Phasen von Wut. Wut ist ja auch so eine ganz krasse Abgrenzungsenergie in der Phase, wo Kinder selbstständig werden wollen. Wo die dann so sagen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, alleine. Ja, ja. Und wir so helfen beim Shoot. Ich habe Kinder in der Autonomie-Phase. Genau. Aber diese ist auch wichtig, weil die Wut, die sie dann entwickeln und so patzig werden, die sorgt dafür, dass man dann auch einen Schritt zurück geht und sagt, okay, mein Kind möchte das jetzt auch alleine probieren. Auch wenn das morgens 30 Minuten dauert, wenn sich das Kind dann anzieht und die verdammten Schuhe zu bindet und man denkt sich so, oh ne, ich habe einen Termin bei der Arbeit und ich will nicht der Letzte sein. Und das fordert einen ja auch heraus. Aber die Wut ist wichtig, damit die Kinder lernen, hey, ich kann das selber und ich kann Dinge in der Umwelt umsetzen nach meinen Vorstellungen. Das nennen wir Selbstwirksamkeitserleben. Ist übrigens auch sehr stark korreliert mit späteren beruflichen Erfolg. Und das hängt dann wiederum sehr, sehr stark zusammen mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Wenn ich merke, ich kann Dinge in der Umwelt nach meinen Vorstellungen gestalten, dann zeigt sich das auch wieder auf mich ein, dass ich einen Wert habe, denn ich kann meine Umwelt formen. Und du hattest ja gefragt, wie können wir das in unseren Kindern ja unterstützen? Mädchen auf gar keinen Fall sagen, ey, sei nicht wütend, lieb nett und artig angepasst und brav. Das verlangen ja viele so speziell von Mädchen und dann werden die immer in den Arm genommen, wenn die weinen. Obwohl man eigentlich denkt, vielleicht in manchen Situationen könnten sie wütend sein. Und dann lernen sie schon ganz, ganz früh, viel, viel früher als dann Jungs, die häufig anders sozialisiert werden. Hey, Traurigkeit ist total akzeptiert, wenn du meine Liebe, Nette und Artige bist. Aber wenn du wütend bist, das möchte ich nicht. Dann bist du eine kleine Zickige. Also die Wut ist erst mal okay. Und dann auch vorleben, wie kann ich denn konstruktiven Umgang mit meiner Wut leben? Zu gucken auf das Bedürfnis, was dahinter steckt. Wenn ich denke, wann ich das letzte Mal wütend wurde mit meinem Kumpel, ich habe eigentlich ein Bedürfnis nach Ordnung und nach Klarheit im Büro. Kann ich das so formulieren, dass es bei dem anderen ankommt und dann nutze ich meine Wut ja, um etwas Positives zu machen. Nämlich dem Wunsch, dahinter gerecht zu werden. Und das können wir unseren Kindern vorleben. Das heißt, erst mal einen Raum für Gefühle schaffen und dann die Gefühle so transformieren, dass sie diesen positiven Nutzen eigentlich aus der Botschaft ziehen. Und da bist du auch bei einem wichtigen Punkt. Wut ist ja nicht nur destruktiv, gefährlich, überwältigend, intensiv, sondern sie hat ja auch wirklich gute Seiten. Sie kann ein Antrieb für Veränderung sein, ein Antrieb ins Gespräch zu gehen. Sie kann uns auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Wenn ich wütend über Entscheidungen bin, dann fange ich auch in der Regel dafür an, für mich einzustehen oder für andere, für meine Familie zum Beispiel. Fallen dir noch mehr positive Eigenschaften der Wut ein? Also ich glaube, die allerwichtigste positive Eigenschaft ist, wenn jemand wirklich über unsere körperlichen Grenzen oder die körperlichen Grenzen von jemand anderes geht, da halt Stopp zu sagen. Und stell dir mal vor, ich wurde so sozialisiert, dass ich diese Energie nicht zur Verfügung habe, wenn mir immer gesagt wurde, sei nett, brav und artig. Und nur wenn du das bist, wirst du so geliebt. Und das steckt ja in ganz vielen drin, in ihrem eigenen System. Wie gut kann ich mich dann als erwachsener Mensch behaupten? Und auch wenn meine Grenzen überschritten werden, sagen halt Stopp bis hierhin und nicht weiter. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Wie viele gesellschaftliche große Veränderungen hätte es gegeben ohne die Wut? Also die Klimademonstrationen, ich glaube, da ist relativ viel Wut dabei, aber auch Frauenwahlrecht. Wenn die Frauen nicht wütend gewesen wären, als sie damals auf die Straße gegangen sind, hätten sie wahrscheinlich überhaupt nicht die Plakate hochgehalten. Hätten sie das nicht gemacht. Das heißt, Wut kann auch ein guter transformatorischer Prozess sein, den wir nutzen können als Gesellschaft. Wenn Wut aber einerseits eine sehr angemessene Reaktion sein kann, manchmal aber auch eine, die uns eher auf Verletzungen, Bedrohungen der Vergangenheit hinweisen, wie weiß ich in akuten Situationen, wie angebracht meine Wut gerade ist? Da ergibt es total Sinn, immer wieder auf Situationen zu gucken, wo ich wütend geworden bin. Und aus dem rationalen Verstand verstehe ich dann irgendwann, war das angebracht in der Situation, wütend zu werden oder nicht. Ich habe eine ganze Weile gedacht, hey, die Polizei, die hält mich ohne Grund an und ist ganz natürlich, dass ich da wütend werde. Irgendwann habe ich dann gecheckt, hey, eigentlich ist es nicht so normal, so wütend zu werden. Die wollen halt einfach deinen Führerschein sehen. Manchmal bist du auch zu schnell gefahren oder es ist einfach eine Routinekontrolle. Gib einfach deinen verdammten Führerschein raus und alles ist gut. Da habe ich lange für gebraucht, um die Situation dann im Nachhinein zu reflektieren und zu sagen, hey, da bin ich eigentlich unadäquat wütend geworden. Und das können wir alle tun und Situationen angucken, in denen wir wütend geworden sind und zu gucken, eins, hat das zu der Situation gepasst? Und zwei, habe ich dann so darauf reagiert, wie ich mich gerne verhalten hätte? Genau dazu lade ich jeden ein. Und falls die Wut viel, viel stärker ist und gar nicht so angemessen ist zu der Situation, dann können wir davon ausgehen, dass der Grund dafür irgendwo in unserer Vergangenheit liegt, dass entweder unsere Eltern zum Beispiel Wut in Form von Aggression total krass ausgelebt haben, dass wir überhaupt nicht sicher waren in unserem Umfeld und uns sehr bedroht gefühlt haben. Dann können nämlich zwei Sachen passieren. Entweder gucke ich mir das ab als erwachsener Mensch und werde ein kleiner Choleriker oder werde jemand, der das auch genauso macht oder ich werde überangepasst. Das heißt, dass ich mich dann in solchen Situationen so verhalte, dass ich die Wut von meinen Eltern nicht abkriege. Und diese Reise zurück in die Vergangenheit macht einem dann bewusster, hey, mein Gefühl der Wut will eigentlich mir nur einen Hinweis darauf geben, dass es sich immer noch in der Schutzreaktion von damals befindet. Und dann, so habe ich es zumindest gemacht mit meiner Ohnmacht und ich glaube, das funktioniert für sehr, sehr viele Menschen gut, in diese alte Situation gehen und dieses primäre Gefühl, also dieses Gefühl, was eigentlich von unserer Wut überdeckt wird, einmal wahrzunehmen und zu gucken, Hey, als kleiner Junge war ich in diesem krassen Schwitzkasten. Ich habe mich wahnsinnig ohnmächtig und ausgeliefert gefühlt. Ich war unglaublich traurig. Wie resoniert das in mir? Kann ich das heute fühlen? Kann ich heute als Erwachsener mit dem Gefühl sein? Und wenn wir mit diesem Gefühl aus der Vergangenheit heute sein können, das durch Leben dem Raum geben, dann werden wir vielleicht erstmal traurig und weinen um diese Situation, weinen um uns als kleinen Jungen. Aber es braucht dann diese Decke der Wut immer weniger und weniger, weil wir ja mit dem, was dahinter steht, sein können und das auch durchfühlen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal dann traurig oder ohnmächtig oder hilflos werde, sondern dass diese Wut heute in Polizeisituationen zum Beispiel gar nicht mehr so reinkickt, weil sie ihre Aufgabe verloren hat. Und in so einer akuten Situation wirst du nicht so entspannt reflektieren können, wie jetzt hier im Gespräch. Das heißt, was machst du da? Gehst einfach mal einen Schritt zurück, eine Sekunde in dich oder wie erkennst du das dann? Genau. Also je mehr wir das üben und Psychologie ist auch einfach reine Übungssache. Wir erwarten immer von Psychologie, dass wir es einmal verstehen und dann macht es Klick und dann können wir das ausagieren. Aber es ist so ein bisschen so, als ob wir uns die Olympischen Spiele beim Eislaufen angucken und dann denken, hey, wenn wir uns jetzt Schlittschuhe anziehen, dann können wir das genauso. Aber das kann man ja mal ausprobieren. Also das heißt, wir müssen es ausführen. Je bewusster wir uns werden, desto näher geraten wir an die Explosion dahin, wo es eigentlich passiert. Diese Bombe, die explodiert, wenn wir wütend werden. Und irgendwann schaffen wir es, diese zu entschärfen, bevor sie explodiert. Und mit jedem Mal, wo uns das bewusster und bewusster wird und wo wir uns auch schaffen, uns selbst in so einer Situation von außen zu beobachten. Aha, ich spüre jetzt meine Wut, ich bin mit meiner Wut verbunden und ich weiß, das ist jetzt keine gefährliche Situation für mich. Danke, Alarmsystem, Wut. Das ist gar nicht so eine gefährliche Situation. War in Anführungsstrichen ein Fehlalarm. Ich merke, da ist Energie da, lasse die Energie ab. Und je mehr wir diese Prozesse verinnerlichen, desto adäquater können wir auch auf die Wut reagieren. Weil wir sind ja letzten Endes nicht frei, wenn wir völlig in unserer Wut eskalieren. Es fühlt sich immer so an, ja, ich habe auf mein Gefühl gehört und es so gemacht. Aber eigentlich sind wir die Sklaven dann unserer Gefühle. Gefühl wahrnehmen unbedingt. Immer alles das machen, was unser Gefühl uns sagt. Auf gar keinen Fall. Weil dann können wir keine Sachen machen, wo wir uns schämen. Keine Sachen machen, wo wir Angst haben. Dann können wir auch keine Sachen machen, die uns wütend machen würden. Freiheit entsteht dann, wenn wir uns wirklich entscheiden können. Wir haben jetzt über positive Seiten und negative Seiten der Wut geredet. Wir haben jetzt eben auch darüber geredet, dass sie angemessen sein kann und vielleicht auch unangemessen oder auf etwas anderes hindeutend sein kann. Aber Wut ist ja nicht so schwarz-weiß. Also wir müssen uns ja nicht dafür oder dagegen entscheiden. Wie finden wir auch heraus, welches Maß an Wut angebracht ist? Also es kann ja sein, dass es durchaus berechtigt ist, aber dann muss ich ja auch lernen, sie vielleicht zügeln zu können oder ein angemessenes Maß an Reaktionen hervorzubringen oder nicht? Total. Und da ist es wieder so, dass wenn wir die Wutsituation reflektieren und vielleicht auch mal ein Wuttagebuch führen. Also wir setzen uns ja häufig in Gedanken auseinander mit dem, was passiert ist. Und dann tendieren wir dazu, immer sehr ähnlich wieder darüber zu denken und das einzuordnen, weil das der leichteste neuronale Weg ist, weil das schon vorgefertigt ist in unserem Kopf. Aber in dem Moment, wo wir auch mal aufschreiben, sehen wir das von außen und von außen haben wir immer andere Bewertungsmöglichkeiten, weil wir emotional ein bisschen auf Abstand dazu sind und dann verschiedene Möglichkeiten haben, das zu bewerten. Also ich empfehle auch mal ein Wuttagebuch zu führen und dann zu gucken, aha, was gäbe es hier für Möglichkeiten. Und je mehr ich meinen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten, an Handlungsspielräumen auffülle, desto mehr steht mir in der Situation zur Verfügung. Das ist so ein bisschen wie Schlagfertigkeit. Manche Leute sind schlagfertig, andere nicht. Schlagfertigkeit ist meistens etwas, was wir implizit oder explizit üben. Klar ist es ein bisschen vom Charakter abhängig. Extrovertierte Menschen sind in der Regel schlagfertiger, weil sie auch mehr Situationen haben, aber wir lernen das in unserer Kindheit, zum Beispiel von unseren Eltern oder wenn wir bestimmte Sachen lesen, holen wir das in unser System und genauso können wir verschiedene angemessene Wutreaktionen in unser System holen, dass wir sagen, hey, das und das haben wir bereit. Wenn uns ein Kollege zum Beispiel eine Idee immer wieder klaut, da gibt es drei, vier, fünf, zehn verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ein gutes Gespräch mit ihm suchen. Hey, mir fällt auf, deine Ideen ähneln ganz schön meinen. Ich fände es ganz, ganz toll. Gefällt mir gut. Die gefallen mir gut, die Ideen kommen ja auch von mir, aber mir ist es schon wichtig, dass sie auch da bleiben. Also wir haben ja so viele Möglichkeiten zu reagieren, aber in der akuten Wutsituation merken wir das nicht. Das heißt, wir müssen unseren Werkzeugkoffer füllen, wenn wir eben nicht wütend sind und am Ende haben wir ja so viel zu tun in unserem Leben. Wir bringen unsere Kids zur Schule oder in die Kita, wir gehen arbeiten, wir wollen es gerade noch so zum Sport schaffen, dann müssen wir ein bisschen Beziehungspflege oder wollen ein bisschen Beziehungspflege machen, haben auch Bock auf Freizeit. Keiner hat Bock, so eine Sachen zu trainieren oder zu machen und deswegen ist es auch gut, so eine Podcast zu hören, weil da passiert schon ganz viel mit unserem Bewusstsein. Es eröffnet kleine Türen und ich habe nächstes Mal mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Aber jetzt, wo du das auch so ansprichst, unser Alltag ist ganz voll. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten, haben viele Dinge, die wir machen wollen, machen müssen. Du hast vorhin gesagt, du versuchst gar nicht zu viel Stress aufkommen zu lassen. Aber im Alltag treffen wir ja auch auf andere Menschen und auch die können wütend sein. Im Bus, im Supermarkt, leider vielleicht auch zu Hause oder im Job. Menschen, die man eigentlich mag. Wie gehen wir sinnvoll mit der Wut der anderen um? Wie lassen wir uns davon auch nicht anstecken? Weil ich finde, das ist auch so eine Sache, die bei der Wut ein Problem ist, die kann schon auch ansteckend sein. 100 Prozent. Und das Erste und Beste, was wir tun können, ist das nicht persönlich nehmen, nicht zu uns zu nehmen. Das hat nichts mit uns oder unserer Person zu tun. Und Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, reagieren viel, viel sensibler auf Wut, weil sie sich immer in ihrer Person angegriffen fühlen. Und ich mache dir mal ein Beispiel. Ich bin mal eine Straße hochgefahren, die war schon wahnsinnig eng. So eine typische Berliner Straße und dann parken alle noch in der zweiten Reihe. Und ich musste mich da durchschlängeln mit meinem Auto und dann kam mir noch so ein 7,5 Tonner entgegen und so ein richtig schwitziger LKW-Fahrer, der schon so richtig auf 180 war. Man hat schon gemerkt, dass seine Halsschlagader gepocht hat. Und dann gab es eine Situation, wo wir beide zurücksitzen müssten, sonst wären wir nicht aneinander vorbeigekommen. Und dann standen wir Fenster an Fenster und das wäre der typische Berliner Moment gewesen, sich gegenseitig anzuschreien. Ich habe es in dem Moment geschafft, das Bedürfnis von dem anderen wahrzunehmen und ihn zu sehen. Weil am Ende wollen wir als Menschen immer gesehen werden in dem, was wir sind und in unseren Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass wir sie immer erfüllen müssen, aber jemand anderes das Gefühl zu geben, ich sehe dich, löst die meisten Konflikte auf. Und ich habe das Fenster runtergekurbelt und gesagt, wow, das ist ganz schön beachtlich, wie sie hier mit dem 7,5 Tonner durch die engen Gassen fädeln. Da habe ich ganz schön Respekt vor und das muss auch richtig anstrengend sein. Ich schaue mal, dass ich ein Stück zurücksetze, dass wir hier gut aneinander vorbeikommen. Und du hast in dem Moment gesehen, der Typ ist den ganzen Tag mit seinem verdammten LKW unterwegs und hat so viele solche Stresssituationen, dass sein ganzes System runterfahren konnte und die Anspannung aus dem Gesicht ist runtergefallen. Wir sind aneinander vorbeigefahren und er hat sogar noch ein Danke hochgezeigt. Und klar gibt es solche Situationen nicht immer, aber je mehr wir es schaffen, es nicht persönlich zu nehmen und auch mal mit Freundlichkeit zu reagieren, aber auch mit klarer Abgrenzung bei Cholerikern, desto besser können wir mit solchen Situationen umgehen. Okay, also das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Wenn Wut vielleicht auch bei uns aufkommt, einen Schritt zurückgehen, auch schauen, was ist das Bedürfnis des anderen, der anderen, was ist mein Bedürfnis. Was würde passieren, wenn wir einfach immer unsere Wut runterschlucken? Ja, es gibt im asiatischen Raum in Korea die Wutkrankheit. Das heißt, die Energie, die die Wut ja bereitstellt, die bleibt dann in unserem System und kann sich auch gegen uns richten und ist verbunden mit zum Beispiel einer höheren Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen. Manche Psychologen sagen, dass sogar Alkoholismus und Depressionen aus dem Unterdrücken von Wut entsteht. Viele psychosomatische Krankheiten stehen damit in Verbindung. Das heißt, es ist auf jeden Fall ungesund. Herzkrankheiten, das ist manchmal ein bisschen schwer zu erforschen. Wie willst du jemanden verfolgen und sagen, ah, okay, Wut, weil du die runterschluckst. Das ist der einzige Grund, warum du jetzt irgendwie einen Herzinfarkt hast. Das ist fast nicht zu machen, aber es gibt schon relativ viele Zusammenhänge, die immer mehr erforscht werden. Wir können da noch keinen absoluten Zusammenhang feststellen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und ist es so, dass sich Wut dann irgendwann wirklich ein Ventil sucht, so wie es einem als Kind auch gerne mal gesagt wird? Ja, aber ich glaube, das Ventil ist nicht immer so ersichtlich. Klar kann es sein, dass es so in cholerischen Anfällen ausbricht. Dann ist es sehr ersichtlich bei Menschen, die zum Beispiel sehr überangepasst leben und immer Ja und Amen zu allem sagen. Und dann sagen sie auf einmal so, nein, warum soll ich das schon wieder machen? Und das ist ja eine Frechheit. Und die brechen in totale Wut aus in einer Situation, wo du denkst, war doch jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Und das liegt meistens daran, dass sie 20 Mal davor schon nicht gesagt haben, was sie eigentlich wollen und möchten. Und dann ist das wie so ein Kochtopf, der immer heißer wird und heißer wird. Und irgendwann bei einer Kleinigkeit, wenn nur noch ein Grad erhöht wird, springt der Deckel ab. Aber die Wut kann sich natürlich auch gegen einen selber richten, in Form von destruktiven Gedanken. Ich bin es nicht wert, ich tauge nichts. Und das ist die Wut, die dann eigentlich die psychische Gesundheit gefährdet, wenn sie immer die ganze Zeit nach innen geht. Und Wut unterdrücken macht auf jeden Fall was mit dem Selbstwertgefühl. Was passiert, wenn ich die ganze Zeit meine eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehme? Dann sagt es meinem System, du bist es nicht wert, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und ich meine, wenn man sich das Wort Selbstwertgefühl aufschlüsselt, dann steckt das ja dahinter. Was entscheidet denn darüber, ob aus Wut irgendwann wirklich auch Gewalt wird? Relativ viele Faktoren. Einmal, was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Habe ich Gewalterfahrung in meiner Kindheit erlebt? Wie haben mir dann meine Eltern den Umgang mit diesem Gefühl vorgelebt? Und wenn ich zum Beispiel ganz, ganz krasse Gewalterfahrungen erlebt habe und mich sehr ohnmächtig gefühlt habe, dann ist das ja auch für die Leute wieder ein Gefühl, was sie nicht mehr erleben wollen. Und dann kann es passieren, dass so eine Art Traumareaktion daraus entsteht, dass ich dann lieber draufhaue bei jemand anderem, anstatt dieses Gefühl des Unterlegenseins zu spüren. Und das ist der Kreislauf, den man bei ganz, ganz vielen Gefängnisinsassen findet. Wenn man sich mal die Historie anguckt von denen, ist das ganz, ganz häufig so, dass sie sich unterlegen gefühlt haben und keinen Umgang mit ihrer eigenen Verletzlichkeit finden konnten oder sehr, sehr viel beschämt und verletzt wurden. Im Grunde geht es aber auch darum, die Gefühle rechtzeitig zu erkennen. Und vor allem Männern fehlen ja oft die Worte, die eigenen Gefühle zu binden. Das hast du jetzt auch schon mehrfach angedeutet mit dieser Gefängnisstatistik zum Beispiel. Wenn ich jetzt bisher gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen hatte, was wäre denn ein erster Schritt? Erstmal, warum fällt uns das so schwer, das wahrzunehmen? Wenn ich meinen Garten der Emotionen ein ganzes Leben lang nicht gewässert habe, dann verkümmert er ja auch irgendwann. Dann zeigt sich das nicht mehr so. Das ist ja eigentlich, als ob wir lernen, Musik in ihren verschiedenen Facetten zu hören und wahrzunehmen. Wenn ich das erste Mal zu einem Jazzkonzert gehe und wir werden als Jazzmusiker quasi geboren als Kinder, wir haben eine ganz, ganz tolle und sensible Wahrnehmung für unsere Gefühle. Aber dann wird dir eigentlich über Jahre gesagt, halt dir deine verdammten Ohren zu, du sollst das nicht mehr hören. Und das wird uns nicht immer explizit gesagt, manchmal auch, also ein Ritter kennt keinen Schmerz, du musst dich durchsetzen und stark sein. Das wird Jungs ja relativ häufig erzählt. Plus, wie häufig sehen wir unsere eigenen Väter weinen und zu ihren eigenen Gefühlen der Schwäche, in Anführungsstrichen schon allein das, die Konnotierung der Schwäche zu stehen, sehr, sehr selten. Das heißt, wir lernen gar nicht so richtig, dass wir einen Zugang zu unserer Angst, zu unserer Scham, zu unserer Verletzlichkeit haben können, zu unserer Traurigkeit auch. Das heißt, wir entwickeln das nicht. Über Jahre überhören wir das und dann sind diese Gefühle auf einmal nicht mehr da. Und ich würde als erstes empfehlen, wieder mal in Situationen, wo ich merke, da kommt was Kleines, da kommt so eine kleine Berührung. Und meistens ist uns das so unangenehm über die Jahre, dass wir das gar nicht haben wollen. Das heißt, wir gehen so schnell weg daraus. Wenn ich Traurigkeit empfinde, dann bin ich früher immer raus aus der Situation. Mal kurz innezuhalten und zu gucken, das regt sich da in meinem Körper. Was ist das eigentlich so? Auch wenn es so eine ganz kleine Nuance ist von Enge im Hals, Druck auf dem Schultern. Okay, und kann ich damit sein? Und dann kann ich auch gucken, was möchte mir diese Emotionen gerade mitteilen? Und möchte ich damit sein? Also ich mache dir ein Beispiel. Ich habe es ganz lange nicht geschafft, in meine Traurigkeit zu kommen. Ah ja, von meinem Vater und von meinem Opa schon gar nicht. Das waren immer harte Männer. Die sind beide auf dem Bau groß geworden und sozialisiert worden. Mein Opa ist auch so ein typischer Mann. Ich habe meinen Opa nie weinen sehen. Jetzt ist es so, dass er gerade im Sterben liegt. Und wir haben uns alle einfach so verabschiedet, wie man das immer macht. Tschüss Opa. Und dann winke, winke, goodbye und rausgegangen. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, hey, das könnte in diesem Moment das letzte Mal gewesen sein, dass ich meinen Opa sehe. Und diese Traurigkeit, die da hochgekommen ist, die habe ich eben nicht weggeschluckt und habe gesagt, trotzdem tschüss Opa. Weil wir hätten sonst eigentlich den letzten Moment miteinander verpasst. Sondern ich bin auf die Knie gesunken und habe angefangen zu weinen und habe meinen Kopf auf seine Brust gelegt und habe einfach gesagt, wie wichtig er mir ist als Opa und wie schön ich die Zeit finde, die wir hier zusammen verbringen. Und hier hast du wieder was, was die Traurigkeit einem sagt. Traurigkeit kann super verbindend sein. Nämlich, sie zeigt an, hey, du bist mir als Mensch sehr, sehr wichtig. Und darum ist es auch schön, dass es sie gibt. Ja, sie bringt eine Verbindung. Und wenn man sie einmal erstmal zulässt, dann ist meine Erfahrung, kommt sie automatisch auch viel leichter danach wieder hervor. Das ist auch das, was vielleicht so Angst macht. Du hast eben auch angedeutet, dass man als ersten Schritt auch wieder ein bisschen in den Körper reinfühlen soll. Ist das etwas, was Männern viel leichter fällt? Also wenn sie schon diese Gefühle, so etwas Fremdes, Diffuses beängstigen, ist es einfach erstmal auf Körpersignale zu achten? Dieses in den Körper hineinspüren, wenn du in einer Psychotherapiesitzung bist, dann fragt der Psychologe oder die Psychologin ja immer, wie fühlen Sie sich gerade? Das ist so eine Klischeefrage und die macht mancher schon so wütend, sodass man denkt, oh Mann, wie fühle ich mich gerade wie immer? Ja, genau. Aber genau das ist der Schlüssel. Immer wieder auch mal tagsüber kurz anzuhalten und mal dieses Rad, dieses Hamsterrad, in dem wir alle unterwegs sind, kurz zu stoppen, die Waschmaschine anzuhalten und reinzuspüren, wie fühlen sich gerade meine Augen an, meine Brust, meine Beine? Und dann, wenn wir das haben und diese Verbindung immer wieder aufbauen, sind wir viel, viel schneller darin und besser, diese feinen Veränderungen wahrzunehmen. Und ich glaube nicht, dass es Männer oder Frauen besser können, das können manchmal manche Frauen besser, zum Beispiel, wenn du viel Yoga praktizierst, wenn du eh schon Achtsamkeitsübungen machst, das ist ja oft Bestandteil von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist doch so ein Modewort, regt mich manchmal auf, weil nie gesagt wird, wofür brauchen wir die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit brauchen wir immer dafür, um zu merken, was im Hier und Jetzt überhaupt passiert und natürlich auch… Es nicht zu bewerten. Genau, es nicht zu bewerten, da würde ich eher die Akzeptanz mit reinnehmen, ich würde die Achtsamkeit, ist das reine, aha, da ist was, die Akzeptanz ist für mich, zumindest aus therapeutischer Sicht, genau das, was du sagst, eben dieses Nicht-Bewerten und normalerweise sind wir immer in der Vergangenheit oder Zukunft wirklich in dem Moment zu sein, dafür brauchen wir die Achtsamkeit und ja, je mehr wir das, auch das üben, ist wie ein Muskel, wenn du bei Fitnessstudio bist, desto besser können wir das. Ein Hörer hat mir geschrieben und in seiner Nachricht geht es zwar nicht um Wut, aber es geht um Hass und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber Wut und Hass hängen ja schon auch miteinander zusammen, ist Hass die Steigerung von Wut? Ja, also Hass ist meistens dann so ein generalisiertes Bild und ein ganz, ganz starker Außenbezug auf etwas. Gefühle entstehen ja immer auch durch eine Bewertung der Situation und Hass kann durch verschiedene Sachen entstehen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Mechanismus, aber häufig hat Hass was damit zu tun, auch hier wieder, dass ich eigentlich eine innere Verletzung, eine innere Unsicherheit nicht spüren möchte und dann mich nach außen richte und dort was ausagiere, beziehungsweise ein großes Gefühl spüre, was mir in Anführungsstrichen eine trügerische Sicherheit gibt. Ich lese dir einfach mal seine Mail vor. Er hat geschrieben, ich erkenne, dass sich in mir Hass entwickelt gegen Gruppen von Menschen, gegenüber Parteien, die mein Leben und meine Ziele einfach zerstören durch Maßnahmen, die mich ohnmächtig hinterlassen. Wie kommt es dazu? Ist es die Ohnmacht? Ist es die fehlende Fähigkeit, die eigenen Fehler zu erkennen und anzuerkennen? Was würdest du ihm antworten? Ja, es ist eine Mischung aus. Also erstmal ist die Ohnmacht eines der unangenehmsten Gefühle, das wir haben. Ich weiß nicht, ob es bei ihm Hass ist oder vielleicht eine Wut, die da aufkommt. Und erstmal Ohnmacht, damit sein zu können, ist die Königsdisziplin. Also das ist ganz, ganz schwer und da erstmal auch selbst Mitgefühl zu entwickeln für sich, zu sagen, hey, da ist eine ganz, ganz große Unsicherheit in mir, da ist eine große Angst in mir, dass ich ein bestimmtes Leben, was ich mir wünsche, für mich nicht verwirklichen kann. Und erstmal damit sich selbst Mitgefühl zu haben, zu sagen, hey, auch da kann ich mit sein und ich bin derjenige, der mich auffängt, wenn ich mal am Boden liege. Weil wir glauben ja ganz häufig, dass wir jemanden brauchen, der uns mit Füßen wieder auftritt und sagt, hey, hier nicht liegen bleiben meine Freunde, sonst trete ich dir mit meinen Stiefeln auf die Finger. Das ist das Erste. Aber auch zu gucken, dieses Gefühl, diese Erregung, wie kann ich es denn positiv einsetzen und nutzen, um etwas zu tun? Und kann ich vielleicht auch auf bestimmte Gruppen mal zugehen und gucken, wie sind die denn? Was steckt dahinter? Oder kann ich demonstrieren gehen? Das heißt, kann ich etwas tun, um diese Anspannung, die ich in mir habe, positiv zu kanalisieren? Kann ich auf eine Demonstration gehen? Kann ich eine Sache unterstützen, die das unterstützt, wofür ich stehe? Und manchmal fällt es ganz, ganz schwer, in Zeiten, die so zerrüttend sind, seine eigene Menschlichkeit nicht zu vergessen. Das Allerschwerste ist es, Mitgefühl zu haben mit bestimmten Menschen. Das heißt nicht, dass wir ihnen keine Grenzen setzen, aber trotzdem die eigene Menschlichkeit nicht zu vergessen. Und das ist ja etwas ganz Krasses, wenn wir das können. Wenn wir sagen, wir können mit unserem Gefühl sein, aber wir können auch mit dem Gefühl von anderen sein, mitfühlend. Und ich glaube, wenn wir uns dahin entwickeln, als Gesellschaft, das wieder mehr als Qualität in uns zu leben, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Also ist Mitgefühl auch das, was Hass wieder aufweichen kann? Auf jeden Fall. Klare Grenzen, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können nicht jedes Verhalten in unserer Gesellschaft tolerieren, aber wir können in den einzelnen Begegnungen, in den zwischenmenschlichen ganz, ganz viel verändern. Und wenn wir das schaffen, das merken wir auch, wie uns das selber nährt und gut tut. Was auf jeden Fall gegen die Ohnmacht helfen kann, ist natürlich die Selbstwirksamkeit. Deswegen eben sich engagieren, demonstrieren. Selbst falls es keine gesellschaftliche Veränderungen bringt, hilft es erstmal, gegen die eigene Ohnmacht anzugehen. Was mir persönlich immer hilft, ich glaube, das ist ja auch etwas, was alle einfach gerade kennen, weil wir gerade viele Krisen durchleben, an Tagen, wo Kriege begonnen werden. Ich habe einfach im Büro gesagt, boah, ich fühle mich heute wieder so ohnmächtig. Und mein Kollege hat gesagt, ja, geht mir genauso. Und ich finde dieses Gefühl, damit nicht allein zu sein, damit kommt man auch oft in die Verbindung und auch ins Mitgefühl. Also von daher hilft es manchmal schon einfach, finde ich, die eigene Ohnmacht auszusprechen. Total, genau das, was du gesagt hast. Gefühle verbinden uns. Und Männer haben manchmal eine größere Scham davor, sich da mitzuteilen, weil sie denken, sie müssten stark und tough sein. Aber zu sagen, hey, heute ist Krieg ausgebrochen in dem und dem Land. Das macht mich unendlich traurig, irgendwie an die Menschen zu denken. Und es gibt mir auch so ein Gefühl der Ohnmacht, weil wir hier sitzen und gar nichts dagegen tun können. Das ist auch wieder eine Chance, uns zu verbinden. Und das ist ja was Schönes. Und das wollen wir. Das ist unser Natur. Wenn ich mir jetzt einen hilfreichen Gedanken aus dieser Folge mitnehmen will, für meinen persönlichen Umgang mit der Wut, welchen findest du besonders wichtig? Unsere Gefühle nicht in negativ und positiv einzuteilen, sondern erstmal in Botschaftsübermittler. Und diese Botschaften für uns zu erkennen und besser auszulesen, dann bekommen wir einen Kompass an die Hand, mit dem wir besser durchs Leben navigieren können und nicht so ausgeliefert sind. Und nicht wie Fäden an unseren Gefühlen hängen, an unseren Emotionen, sondern wirklich in die Selbstwirksamkeit kommen und das Leben führen, was wir für uns selber uns wünschen. Lukas, danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Ja, ich freue mich, dass wir über das Thema reden konnten, weil es richtig wichtig ist. Bis dann. Kurz zum heutigen Thema gibt Lukas Klaschinski in seinem Buch Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Ich habe es, wie immer, in den Shownotes verlinkt. Wobei wünscht ihr euch noch Hilfe? Wofür braucht ihr neue Ideen? Oder habt ihr einfach Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir gern an smarterleben at spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gern in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Lüx und Olaf Heuser, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero und das war es für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.